Musik 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 Also wir verstehen unter Unter New Work auf der einen Seite eine Flexibilisierung der Infrastruktur, bedeutet also ganz, ganz pragmatisch gesprochen, dass jeder jeden Tag an einem anderen Sitzplatz arbeiten kann, dass er darauf reagieren kann, sich verabredet mit Leuten, ich bin heute im Büro, ich bin auch im Büro, lass zusammensitzen. Das war früher schwierig, wenn jeder einen fix zugeordneten Arbeitsplatz hat. Das hat für mich damit zu tun, dem ganzen Thema Talentmanagement, dass wir auf die persönlichen individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen können und der Bewerberinnen und Bewerber. Und das bedeutet für mich auch das ganze Thema Zusammenarbeit in Kreativprozessen, bedeutet für mich das ganze Thema Remote und hybride Führung von Mitarbeitenden, aber eben auch bestimmte Arbeits- und Lebensmodelle auch anzuerkennen. Ich bin Kreativdirektor bei der Wefra. Ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren mit an Bord und ich verantworte also das digitale Kreativteam. Ich mache eine Ausbildung als Kaufmann für Marketingkommunikation. Ich bin jetzt im ersten Layer, also seit knapp drei Monaten hier in der Firma. Ich leade eine Brand unter Wefra-Live Corporate, das heißt Healthy Programmatic. Es ist ein Team, das tatsächlich versucht, zu innovieren, wie die Mediatransaktion in der Healthcare-Industrie. Ich bin Azubina jetzt gerade hier bei Wefra. Ich bin im zweiten Lehrjahr und mache die Ausbildung zur Marketingkauffrau. Ich habe natürlich das Glück, dass ich ein recht junges Team habe. Also eine Digitalkreation kann man sich vorstellen per se schon. Das ist doch eher junge und digital affine Kolleginnen sind, die das auch gewohnt sind in ihrer Freizeit, viel am Rechner zu sitzen und auch darüber gerne kommunizieren. Das macht das Ganze für mich natürlich ein bisschen einfacher, muss ich ehrlich sagen. Ja, actually my team, officially like all together, comes only one day in a week. Als Azubi kann ich sagen, wir haben immer zwei Tage in der Woche, in denen wir auch im Homeoffice arbeiten, aber generell sind wir eigentlich immer vor Ort. Also das ist schon so geordnet, dass wir da noch wirklich diesen Alltag in der Agentur mitbekommen. Nichtsdestotrotz lege ich da sehr viel Wert darauf, denn gerade im Homeoffice können die Kollegen sich manchmal auch nicht gut abgrenzen von der Arbeit. Das hört man immer wieder. Dann wird die Mittagspause zum Beispiel gar nicht gemacht. Man sitzt dann weiter einfach am Platz oder man schafft es auch einfach nicht mit dem Feierabend. Man hat den Effekt, dass es sehr, sehr stark ins Privatleben übergreift. Und da versuche ich wirklich einfach sehr gezielt darauf zu achten, die Kollegen auch daran zu erinnern. Auf der anderen Seite, was das Vereinsamen betrifft von Kollegen, das ist sehr, sehr individuell. Es kommt also ganz darauf an, was ist das für ein persönliches Umfeld. Was ich wichtig finde, ist, dass man zu einer gewissen Kultur des Arbeitens zu Hause kommt. Also genau eben solche Regeln dann da auch festlegt. Und dass wir als Team trotzdem auch remote eng zusammenarbeiten. So, whenever we are here, yeah, we try to share as much as possible, but mostly we are remote. For me the most important point is to create natural opportunities to share with each other. Es gibt manche Teams, die ja, glaube ich, noch längere Zeit einfach brauchen, herauszufinden, wie sie zu einer gleichen Produktivität kommen. In diesen neuen Umständen, vor allem im Vergleich zu zum Beispiel vor Corona. Was gut funktioniert, sind immer noch natürlich so Räume, an denen sich getroffen wird. Hier unten in der Cafeteria, in den Kaffeeküchen, in den Team-Check-ins. Also eigentlich so diese ganzen klassischen Sachen, die früher schon gut funktioniert haben. Die Meeting-Points für die Mitarbeitenden waren früher auch schon die Cafeteria und weniger quasi das Arbeitsbüro, wo man in Ruhe arbeiten konnte. I think many leaders made a big mistake at the beginning of the pandemic, where they set certain schedules. Like every Monday morning come together to share, drink something. But I believe it's just another meeting to attend. Like psychologically people feel it that way. This is the time to share and after that we cannot. So what I try to do, that I do not use much email for internal communication. I usually use this instant messaging apps that we have. And like randomly sharing some memes about my life. Or if there's a business topic, yes, I also communicate that way. So that I try to replicate how it would be like in the office. Because in the office, you sometimes go and have coffee and talk about something you never actually imagined talking about before. So for me, the way that I achieve this, create these natural opportunities where I give people a topic. If they're interested in, I say let's jump on a call, I'll explain you. So that's how I try to make people feel like, okay, we are connected, we are sharing. Das heißt, ich tausche mich mit meinen Kollegen und meinen MitarbeiterInnen relativ häufig aus. Sowohl im Einzelgespräch als auch in Team-Meetings. Also wir machen mindestens einmal die Woche ein Team-Weekly, wo wir dann gemeinsam uns updaten zu aktuellen Projekten. Aber auch tatsächlich mal einfach die Gelegenheit bieten, sich auszukotzen, was gerade nicht so gut gelaufen ist, was einen stört. Oder auch mal ein privates Thema anzureißen, sodass da einfach wirklich auch eine kollegiale Ebene stattfindet auf Augenhöhe. Am besten gefällt mir hier das Persönliche. Ich habe vor dieser Ausbildung in einem Großkonzern gearbeitet und es war wirklich schwierig, dort Ansprechpartner zu finden oder generell Leute, mit denen man einfach mal über die Ausbildung reden kann. Und hier finde ich das wirklich gut, dass man einfach immer jemanden hat, mit dem man auch einfach reden kann. Dann gibt es wahrscheinlich aber auch Prozesse, Abläufe, vor allem eben jetzt bei dem, was wir tun, in dem Kreativbereich, wo man sagt, okay, da muss man wahrscheinlich wieder auch mehr zu einem physischen Austausch. Am Anfang reinzukommen in ein neues Unternehmen beispielsweise, ist es doch schon wichtig, dass man vor Ort ist, damit man so diese Routinen mitbekommt, das Kollegium auch besser kennenlernt, die Aufgaben ja auch besser kennenlernt. Und da laufen Entscheidungen schneller, es entstehen weniger Missverständnisse. Ich kann schneller an mehrere Leute gleichzeitig kommunizieren, Feedback einholen. Es kommt von der Kommunikation schon einfach auch schneller und ehrlicher. Ich würde mir immer wünschen, dass ich einen Vorgesetzten habe, den ich auch irgendwie direkt, sag ich mal, ansprechen kann, der direkt für mich da ist, damit ich auch weiß, okay, für wen arbeite ich, bei wem arbeite ich. Für mich ist es wichtig, dass man sich mit dem Team physisch mit dem Team als gut wie möglich kann, wenn es möglich ist, weil das ist die Möglichkeit, die Leute zu erleben können, wie ein Leader zu erleben. Was Sie tun, wie Sie reagieren zu bestimmten Dinge, wie Sie kommunizieren mit den anderen Teammitgliedern, so dass die Leute aufhören Sie. Aber von der Perspektive, es ist auch wichtig, dass sie dich auch accessible und approachable finden, und das ist sehr wichtig für mich, dass, wenn etwas gut oder etwas schlechtes passiert, oder wenn sie keine Struggle haben, sie können zu mir kommen. An sich ist aber auch flexibles Arbeiten, finde ich, sehr wichtig, dass man auch wirklich sagen kann, okay, heute ist es mal so, dass ich von zu Hause arbeiten möchte, weil es einfach von den Aufgaben her oder vom Stresslevel her mir jetzt besser passt. Aber es ist natürlich gerade schwierig, Talente zu bekommen, und um dann Talente zu halten, versuchen wir auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. Ja, doch, es ist mir schon wichtig, dass man auch mir, sag ich mal, diese Aufgabe übermitteln kann, oder das Vertrauen übermitteln kann, dass ich auch alleine arbeiten kann, im Homeoffice beispielsweise. Deswegen würde ich mir da schon wünschen, dass man auch diese Flexibilität einfach zur Verfügung gestellt bekommt, dass man dann auch von zu Hause aus arbeiten kann, aber auch dann frei entscheiden kann, okay, an diesen Tagen gehe ich dann in die Agentur. Mir ist besonders wichtig, dass es eine Basis von Vertrauen und Respekt in einem Team gibt. Ich sehe auch Führung, ehrlich gesagt, weniger als ein Privileg an, als eine Aufgabe, die man einfach erfüllen muss. So betrachte ich das für mich selber. Ich versuche, dieser Aufgabe gerecht zu werden, eben mit Vertrauen und Respekt meinem Team gegenüber. Und ich glaube auch, dass das ganz gut funktioniert. Ich sehe mich weiterhin auch als ein Teil von dem Team, und ich glaube, ich werde auch von den Kollegen tatsächlich so wahrgenommen. Ich bin schon sehr, sehr nah und auch nach wie vor einfach ein Mitglied von dem Team. Ich glaube, es braucht bestimmte Orte, zum Beispiel ab einer gewissen Führungsebene, wo Menschen hinkommen können, wo man die Tour zumachen kann und über persönliche Themen sprechen kann. Diese Räume sollten trotzdem, finde ich, gegeben sein. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir einfach auch nicht mehr jedem einen Büroplatz vorhalten können und wollen, wenn er nur irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal reinkommt. Das ist am Anfang auch eine Umstellung für alle, wurde bis jetzt aber ganz gut akzeptiert, weil es auch einfach, klar, mit einer Wirtschaftlichkeit zu tun hat. Es hat ein Energiethema. Das hat dazu geführt, dass jetzt einfach die Flächen, die wir bespielen, sich eben verändert haben in größere, runde Tische, Meeting Zones. Also ich bin ein Freund von großen Büros, dass man seinen Platz hat sozusagen, vielleicht ein, zwei Kollegen noch dabei. Ich mag es auch sehr grün. Also bin auf jeden Fall ein Pflanzenfreund und ich finde, das macht gleich die Luft besser und macht das alles gleich viel freundlicher. Ich glaube, das Thema Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, das wird eine wichtige Rolle spielen, um einfach auch der gesellschaftlichen Entwicklung Sorge zu tragen. Was noch nicht so funktioniert, sind halt, wie gesagt, manche Prozesse, Arbeitsabläufe, Führungskulturen, hybride Führung ist einfach schon eine große Herausforderung. Vor allem, wenn man vorher noch gar keine Führungserfahrung hatte oder eben noch keine Remote-Führungserfahrung hatte. Das sind aber Sachen, an die wir uns jetzt langsam rantasten. Auf der anderen Seite, das darf man aber auch nicht vernachlässigen, werden aber auch Eigenverantwortung immer wichtiger in so einem Arbeitsprozess und eben auch transparente Workflows mit transparenten Tools, die auch funktionieren. Man muss einfach das Ganze ein bisschen besser strukturieren, weil man kann eben nicht mehr über den Bildschirm rüberrufen und sagen, kannst du mal eben, mach doch mal eben, das funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt, man braucht einfach Tools, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, gut strukturiert, eigenverantwortlich jeden Tag die Arbeit zu erledigen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Führungskräften die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu sehen, das Ganze zu monitoren und dann Überblick zu behalten, dass nicht der eine Mitarbeiter irgendwie viel zu viel schafft und der andere Mitarbeiter, der bleibt dann irgendwie auf einer Durststrecke zurück. Und dafür benutzen wir auch einige kollaborative Tools mittlerweile. Das heißt, wir arbeiten dann wirklich im Programm gleichzeitig auch online und aus dem Homeoffice zusammen. Und das verbessert und vereinfacht das deutlich und macht das Ganze natürlich auch deutlich transparenter. Für mich ist es digital. Empathisch. Also wir versuchen dann Dialog zu führen, auf unsere Mitarbeitenden zuzugehen. Freundlich. Modern. Daring. They are daring to change the way that they do things. Remote. Offen. Offen. Also auch mit der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Kein weniger fixe Arbeitsplätze, mehr Zusammensitzen, mehr Austausch. Selbstständig. Also committed. Because whenever we wanted to change the way that we work, to make it like a habit that people are okay with it, you have to stick to it. Kollaborativ. Um eben auch Räume zu schaffen, wo man zusammen arbeiten kann. Flexibel. Und es ist vor allen Dingen flexibel. Persönlich. And also understanding. Because we have to understand that people are like different personalities, different demographics. Not everybody can easily fit into new work as well. Because that's not what they are used to. Und ich glaube, dass dafür wirklich die Zeit reif ist. Schon lange. Und ich hoffe, dass noch mehr Flexibilität Teil unserer Wirtschaft wird. Ich glaube, dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist. Für die psychosoziale Hygiene von jungen, aufstrebenden KollegInnen. Und natürlich auch für Mutter Natur eine schöne Sache. Das Wichtigste am Homeoffice ist, dass das der Haustiere sind. Und ich glaube, dass wir die Zeit reifizieren. 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 Vielen Dank.